Was ist dir lieber? Sieg gegen Malong, aber in der zweiten Runde raus oder Einzug ins Viertelfinale? Dann nehme ich doch lieber das Viertelfinale. Es ist ein bisschen weiter und ein Sieg gegen Malong ist zwar auch schön, aber da würde ich doch das Viertelfinale bevorzugen. Was ist dir lieber? Keine Medaille, aber Start bei den Olympischen Spielen 2020 oder eine WM-Medaille? Liegst du mir beides? Das ist eine schwierige Entscheidung. Aber eine WM-Medaille, das hätte schon was. Ich glaube, die würde ich nehmen. Und nach deiner Karriere? Möchtest du lieber Bundestrainer werden oder ITTF-Präsident? Ich glaube, dann doch lieber Bundestrainer, ITTF-Präsident. Ich bin dann doch lieber in der Halle tätig.